Ich musste 40 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass der Backofen eine Pizza-Funktion hat, damit die Pizza richtig gut gelingt. Bisher habe ich nahezu alles bei 200 oder 250 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen geschoben. Dabei gibt es genau diese Funktion extra für Pizzen. Eine Kombination aus Umluft und Unterhitze, was die Pizza richtig, richtig gut macht.